servus leute und willkommen zu einem neuen video ich möchte euch heute mal ein 3 in 1 kabel zeigen von basis das habe ich jetzt gekauft fürs auto und würde ich jetzt mal das ganze thema auch zeigen und einfach ein paar infos dazu geben weshalb ich mir das gekauft habe und was positiv aber was auch negativ an dem kabel ist zuerst mal ist es für iphone micro usb aber auch usb c geeignet zum laden bei lightning kann man damit auch daten übertragen bei usb c und micro usb nicht das geht leider nicht habe ich mehrmals probiert mit zwei drei geräten und dementsprechend ist es leider so nicht möglich ich würde das ganze thema mal mit euch kurz zusammen durchgehen was wie viel ladestrom jeweils durchgeht und würde dann das ganze auch dokumentieren und zwar anhand von so einem stromprüfer den ich habe kann ich euch mal auch genau sagen oder zeigen wie viel ampere wie viel strom dann jeweils bei dem jeweiligen gerät auch benutzt und genutzt werden kann zuerst mal würde das ganze thema mit einem ipad machen weil da weiß man okay das müssen mindestens zwei ampere sein wenn es weniger als zwei amperes sind ist natürlich wieder schlecht hier ist das gute teil jetzt schließen wir das ganze mal kurz mal kurz warten ich mache es ein bisschen näher dran dann sieht es auch besser 5 volt 2,06 ampere das heißt es wird wirklich mit der vollen geschwindigkeit vom netzteil von apple netzteil auch geladen dementsprechend wollte ich auch euch noch zeigen wie es dann ist wenn ich ein mfi zertifiziertes kabel habe aber das brauche ich in dem moment nicht weil 2 ampere ist volle leistung 5 volt ist es genauso von da passt es alles gut das nächste ist ein micro usb gerät was ich habe das würde ich an beiden netzteilen ich habe ich habe einmal einen quick charge und einmal das apple netzteil einfach mal zeigen wie schnell das ganze funktioniert jetzt habe ich ein apple netzteil da liege jetzt bei 5 volt und 1,33 ampere also das ist ein guter wert wie finde wenn ich jetzt mal wechsel auf das quick charge netzteil ist es weniger 5 volt 4,5 4,9 1,04 also sind 0,3 ampere ungefähr weniger 0,2 bis 0,3 ampere es schwankt ein bisschen genau aber ist wie gesagt es ist weniger auf jeden fall und dementsprechend auch soweit klar wobei das netz das kabel ist schon recht gut weil bei dem handy ist teilweise so dass sie nur 0,8 0,9 ampere über die leitung bekomme gut zuletzt noch das schaumi mi 5 und das gerät ist quick charge fähig und leider muss ich sagen bekomme ich hier kein quick charge über die leitung ich bekomme nur 5 volt mit 0,5 ampere gerade 0,5 ampere aus dem weil es einfach voll ist aber dennoch muss es bei quick charge eigentlich soweit sein dass immer 6 volt ist und das zeige ich euch auch ganz kurz mal da habe ich nämlich ein quick charge fähiges ladekabel habe ich nämlich auch noch hier wenn ich das jetzt einstecke dauert ein paar sekunden und jetzt 6 volt 0,5 ampere und das ist genau das sieht man auf dem bildschirm hier dass das zeichen ist für quick charge dass es jetzt schneller geladen wird also das kabel ist gut muss man so sagen aber hat auch man muss einfach einschränkungen in kauf nehmen sei es thema quick charge nicht quick charge fähig sei es keine synchronisation mit dem pc bei micro usb und bei usb möglich bei lightning gates und ja das sind wirklich zwei punkte die ein bisschen das bild trüben aber letztendlich ist es ein gutes kabel ich kann es empfehlen vor allem wenn wir es wirklich nur im auto wie jetzt ich brauche um einfach seine geräte zu laden ohne dass gleich drei verschiedene kabel im auto dabei sein müssen gut das war's wenn ihr jetzt noch fragen haben sollte zu dem ganzen thema melde euch einfach bei mir in den kommentaren und ich melde mich dann kurzfristig wieder bei euch zurück danke euch und bis zum nächsten mal servus ich bin ich bin